jo leute was geht und herzlich willkommen zu einem weiteren video von mir dieses mal habe ich wieder eine runde skywars vorbereitet ich dachte ich fange jetzt einfach mal wieder an irgendwelche videos wieder zu bringen die ich schon mal hatte auf meinem kanal also einfach wieder spielmodus spielmodi spielmodi zu bringen die schon mal auf meinem kanal hatte weil so langsam geht es mir aus ich hatte am anfang vor immer ein bisschen was zu bringen war also immer was neues zu bringen aber so langsam gibt es einfach keine spielmodi mehr hier habe ich noch eine hose gut und mein teammate der schon abgehauen ich denke der ist in der mitte hier ja genau der ist in der mitte das kann ich alles alleine machen dankeschön jetzt glaubt erstmal hier rüber und ja ich dachte heute spiele ich einfach wieder ein bisschen skywars wurde auch öfters mal nachgefragt wann ich wieder skywars spielen könnte und alles und jetzt spiele ich das einfach heute mal ich mache jetzt auch noch ein paar wo hat jemand eine gute spitzhacke ich mache jetzt auch noch ein paar andere spielmodi noch aber zuerst jetzt zuerst mal kommt skywars ja der kann jetzt erst mal fliegen okay jetzt ist ein zeug verbrannt egal habe ich auf jeden fall schon mal zwei kills wo das sind zwei wieder runter gefallen aber nicht mein teammate der lebt noch irgendwo jetzt allerdings auch nicht wo genau der noch lebt ja das ist auf jeden fall hier egal baut sich gerade auch hoch oh mein gott so ein trottel der wurde glaube ich runtergebrochen lol ach so das war mein teammate gg ich dachte gerade hälfte jetzt auch noch runter gefallen ich habe es hat gar nicht gerafft ja so einfach kann man eine runde kurz gewinnen so jetzt noch mal auf einer ganz anderen map und zwar eine zwölf mal drei map ich weiß nicht was heute schon los mit mir ist was los mit mir ist ich weiß nicht was heute mit mir los ist ich packe es auf jeden fall nicht irgend eine gescheite runde hier aufzunehmen das wlan packt hier natürlich auch nicht junge mein harnisch 1 alles meins also ich weiß echt nicht was los ist ich probiere es jetzt aber um ein zeiter ender per noch habe ich dem anderen alles weggenommen hier kann schon schwert haben kleiner ja ich bekomme auch nun harnisch und mehr nichts alles klar nur so dreck sachen wieder es geht auch immer so ewig bis man hier runtergelaufen ist ich habe auch nein noch mal 1 ja das ist schon der erste gegner ja wieso bockst du mich witzig ich mir auch sachen geben oh danke jetzt habe ich sechs dias jetzt bräuchte ich noch ein oh nice gibt mir noch mal zwei nein ach du blöder so jetzt bin ich auch relativ gute kipp mal fürs erste hier unten war ich noch nicht mal auf der map keine ahnung wo es dahin geht es fehlt mir noch ein helm trifft sich gut ich habe keine jetzt okay jetzt immer gegner recken ich glaube erst noch was zu essen sehr gut was will ich denn mit dem ganzen schund hier was habe ich gerade weggeworfen ach egal ach jetzt zeigst du mir noch meine teammates an der hinten ist einer der auch den könnte ich mal ran nehmen das ist nicht ganz so gut also wenn es nicht laggen würde dann wäre das mir alles ein bisschen lieber lieber kommt gleich der nächste muss da gleich hoch kommen wenn er nicht dumm ist also wenn er dumm ist dann kommt er hoch so hier habe ich noch einen schönen helm jetzt habe ich hier nichts mehr spitzhacki oder so habe ich auch nicht wasch da los ja leck halt noch mehr alter was habe ich denn für ein ping hier alles klar ein 46er ping dass ich da überhaupt noch irgendwas machen kann hier den habe ich gerade noch richtig geilen kombo gehabt das war auch gerade noch ganz schön knapp heile ich mich erstmal schuhe 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 bräuchte ich diamantschwert freundlich freundlich brauche ich nicht brauche ich nicht brauche ich nicht brauche ich nicht brauche ich alles nicht ach ja schön schuhe jeder recht habe ich falls jemand anders bekommt ich habe immer noch zwei ender pearls naja ich weiß mal den dreck also das übrige sache noch runter gut das war es dann auch mit dem übrigen sache das ist mein nächster gegner oder ist das wieder ich mein teammate glaube ich kasper 1 ich glaube von der insel kam ich ja ich bin mir ziemlich sicher ich habe aber nur noch ein teammate oder keine ahnung simon 126 team 4 ah ja da stehen ja immer die teams dran ich habe noch zwei teammates ja dann nehme ich mal den als nächstes hier vor ich dachte gerade ich hätte nicht mehr getroffen oh hallo 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 hast du mich vermisst ey der kann auch mein schwert oh mein gott mein schwert ist gerade drauf gegangen habt ihr das gehört und jetzt leckt es oh shit ah doch nicht hä ah hier wow super dann nehme ich lieber das schwert hier nein 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 ich will nicht verbrennen so jetzt gibt es wieder einen gegner weniger ja den brauche ich auch nicht heiltränke na gut jetzt mal gucken was mich noch so erwartet noch einen anderen spieler hat aber ich weiß nicht wo der sich befindet ich hätte vielleicht meine teammates vom tracker entfernen sollen kasper 1 und grab irgendwas sind beide bei mir im team also sind es die schon mal nicht das bringt nichts wenn ihr die ganze insel sprengt oh nice oh shit das brauche ich eine gute combo ich habe einfach noch ein herz weniger oh die war gut die combo ja mein kleiner das war nur die falsche insel blödes team alte ihr könnt echt gar nichts weißt jetzt sprengt ihr denn die ganze scheiße hier ach da ist er tschau bad game alter nur verschanzt so bevor das video jetzt zu lang wird würde ich sagen das war es dann schon mit dem video hier ich hoffe euch hat es gefallen und wenn ja dann lasst einfach ein like da unten abo ich würde mich auf jeden fall freuen drüber und dann würde ich sagen haut rein bis zum nächsten mal ciao